Willkommen liebe Leute zu einer weiteren Doppeltrophy Guide hier bei The Evil Within 2. Zum einen Wiedersehen macht Freude, also die Hüterarmbrust erhalten, genauso dann auch wie Schocktherapie. Direkt kurz danach, ihr seid in dem Fall jetzt hier in Kapitel 3, hier ist ja dieser Unterschlupf hier und direkt hier hinten wird schon angezeigt, wenn ihr schon mal gescannt habt, die Hüterarmbrust, deswegen hier, wie gesagt, hier hinten kommt ihr raus aus und hier ist Unterschlupf und dann rennt ihr einfach nur hier runter. Auf Einsteiger spiele ich das Ganze jetzt hier, weil es dann wesentlich unkomplizierter ist hier, das ganze Ding zu machen. Solltet ihr natürlich auch vor Kapitel 7 machen, das Ganze mit Schocktherapie, beziehungsweise die Hüterarmbrust erhalten, weil sonst habt ihr keine Möglichkeit mehr, die Armbrust zu holen. Alternativ natürlich gibt es weit aus mehrere Wasserhydranten etc., um die Trophy mit Schocktherapie noch zu holen, aber ja, wieso später, wenn es auch direkt in Kapitel 3 geht. Deswegen jetzt hier gleich die Hüterarmbrust Nummer 1, Auswahl hier für die Trophy Nummer 1, die ist aber eh soweit klar, nämlich die Hüterarmbrust erhalten. So, da haben wir das ganze Ding hier, bla 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 bla. So, wie ihr seht, macht Freude. Da ist die Trophy und dann jetzt hier, direkt nachdem hier das Gerumsel losgeht und dann das Auto vortriggert zum Hydranten, kommt ja Wasser raus. Wie gesagt, Hydranten gibt es an mehreren Stellen oder generell, Wasserflecken gibt es an mehreren Stellen im ganzen Spiel. Aber, ja. So, dann switchen wir jetzt hier erstmal kurz um hier auf die Hüterarmbrust. Hier ist das ganze Ding drin, auch schon mit Schockbolzen. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal kurz auf den Stellzugriff nach unten, in meinem Fall. Und dann haben wir den Schockbolzen auch gleich drin. Hier steht schon einer im Wasser drin, einfach kurz bäpp, da raufballern. Ein Gegner ist hier drin, wird geschockt. Der nächste läuft hier auch gleich rein und der nächste läuft auch gleich rein. Relativ sehr simpel. Schocktherapie ist die eure. Natürlich könnt ihr vorher sicherheitshalber speichern, na, im Unterschlupf, um mal hier ganz sicher zu gehen, ja, dass ihr auch wirklich nicht verkacken solltet und dementsprechend halt hier die Trophy da zu holen. Na, das Ganze kann man auch mal dann kombinieren, falls man das machen wollen würde, mit der Trophy da mit dem Zerstampfen hier. Na, kann man das auch schon ein bisschen farmen, aber, ja, das ist so eine Nebensache. Gut, das war es an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Haut rein. Servus und Tschau.